Ursula von der Leyen ist tatsächlich so wütend wie noch nie, ein Plan, der ihr so gar nicht passt, endlich aufhören zu hinterfragen. Bitte führt das Ganze so durch wie wir, das ganze Plan von Brüssel aus. Die EU-Kommission lässt die Bombe platzen, warum wir jetzt eine akute Notsituation haben, warum es gar nicht mehr um die Ukraine geht in diesem Ukraine-Konflikt und was die BRICS-Länder Brasilien, aber auch Russland jetzt angekündigt haben, das lässt sie vor Wut schäumen. Sie hat tatsächlich ein Statement rausgehauen und es geht hier schon lange nicht mehr um die Ukraine. Wer das denkt, der sollte sich auf jeden Fall dieses Video ansehen und gerne mal deine Meinung zu Ursula von der Leyen in die Kommentare schreiben. Es ist ja immer noch nicht aufgeklärt, warum sie teilweise ihre WhatsApp-Verläufe nicht zeigen möchte, wenn es um die Pandemie-Maßnahmen geht, weil sie anscheinend hier so viele Kritiker Angst hat, dass da die Wahrheit ans Licht kommt. Die Pandemie-Leaks haben wir auch schon hier besprochen. Gerne mal oben eingeben, Erfolgskanal Ursula von der Leyen oder Ursula Reich, dann kommst du zu den Videos und ich kann dir jetzt schon sagen, es wird brandaktuell und sehr heiß. Man kann sagen, sie wurde kalt getroffen, denn die EU-Kommission hat jetzt mittlerweile drei Maßnahmen eingeleitet gegen die Länder, die sekundäre Maßnahmen ergreifen, um Russland zu unterstützen. Also Sekundärsanktionen sollen jetzt kommen und drei Maßnahmen wurden schon diskutiert und auch teilweise umgesetzt. Erstens die Maßnahme, dass man teilweise eben auch ausländische Guthaben einfrieren kann und auf einmal, so heißt es bei den russischen Oligarchengeldern, in Staatsanleihen investieren sollte. Sie hat zwar auch schon von vielen Anwälten einige Probleme an den Kopf geworfen bekommen, aber du hast richtig gehört, man möchte jetzt temporär dieses eingefrorene Geld einfach in Staatsanleihen investieren und da frage ich mich, wenn das Ganze nach hinten losgeht, wer wird denn da eigentlich für den finanziellen Schaden offenstehen? Ich meine, bei der Silicon Valley Bank, die pleite gegangen ist, war das genau das Geschäftsmodell, warum sie eben auch pleite gegangen sind, weil sie diese Anleihen mit Kursverlusten äußern mussten, weil sie Liquiditätsengpässe hatten. Jetzt stell dir vor, in sechs Monaten ist diese Krise beendet, die EU-Kommission hat sämtliches Geld in Staatsanleihen investiert und Russland hat jetzt gesagt, hier Frieden, alles wunderbar und die Ukraine hat sich auch darauf geeinigt und jetzt einfach mal gesponnen, ist der Anleihenmarkt ordentlich eingebrochen, dann würde es tatsächlich hier einen Milliardenschaden geben, den wir hier zu tragen haben. Die zweite Sache, die mittlerweile, und das ist auch die Antwort, zu der wir gleich kommen, warum sie jetzt tatsächlich kocht, ist, man möchte sich unabhängig machen von der Welt. Mit China will man nicht mehr zusammenarbeiten, in Südafrika schon gar nicht und mit den bösen Russen natürlich auch nicht, immer wieder mit den Deckmündelchen, da werden noch Menschenrechte verletzt, aber die Amerikaner, die sind natürlich wunderbare Partner, mit denen sollten wir uns gut verstehen. Naja, ist natürlich auch militärisch ein bisschen die Abhängigkeit da, aber du merkst natürlich diese Doppelmoral. Menschenrechtsverletzungen gibt es wahrscheinlich überall, gab es selbst auch in Deutschland, hin und wieder mal, würden jetzt böse Zungen natürlich auch nicht nur behaupten, sondern es gab sie und das ist genau dieser Punkt, den wir hier ganz klar kritisieren. Sie holt die Doppelmoralkolle aus. Sie sagt jetzt selber, es ist eine dritte Maßnahme, die wir im späteren Verlauf des Videos ansehen, die sie auch schon umgesetzt hat. Es muss Schluss sein, für die BRICS-Länder Sanktionen zu umgehen und teilweise auch die Nachbarländer von Russland, die jetzt teilweise auch schon einige Male eben Produkte einfach weitergegeben haben. Das darf so nicht passieren. Also sie schäumt hier schon vor Wut und jetzt wird es interessant. Denn die BRICS-Länder haben einen wichtigen Stichtag genannt. Dazu wird es auch nochmal einen separaten Video geben. Im August wird es nämlich einen Gipfel geben und hier gab es gestern eine interessante Sitzung, eine interessante Rede, wo sich die BRICS-Länder in der Zukunft ausgetauscht haben, wie sie sich aufstellen wollen. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, die sind überhaupt nicht begeistert von den Plänen von Ursula von der Leyen, irgendwelche Sanktionen durchzuziehen, schweige denn diese auch zu berücksichtigen, weil diese Sanktionen sekundärmäßig führen dazu, dass du teilweise deinen gesamten Export-Importgeschäft, dass das geschädigt wird und dass du ihn teilweise komplett einstellen musst. Und das nur, weil man eben politisch denkt, man ist auf der richtigen Seite. Und wir wollen das gar nicht hier jetzt thematisieren, wer da recht hat, wer da nicht recht hat. Aber das ist genauso, wie es der Ungarn-Chef auch gesagt hat. Hey, solange wir eben durch günstige Energiepreise, durch günstige Lebensmittelpreise unsere Leute nicht vor die Hunde gehen lassen, werden wir nicht politisch sozusagen ambitionierte Ziele verfolgen, verfolgen, die die EU jetzt für ganz, ganz wichtig erhält. Also wir sind ja momentan die Leidtragenden von den Sanktionen gegenüber Russland. Und übrigens auch die ärmere Bevölkerungsschicht in Russland leidet am heftigsten. Nicht die russischen Oligarchen, nicht Putin, nicht das Militär. Die russische arm, ärmste Bevölkerung, die sowieso nichts hat, leidet am heftigsten an den Sanktionen. Also schön gemacht, dass wir jetzt die Armut dort in anderen Ländern auch schon weiter fördern. Und die BRICS-Länder haben einen Punkt und jetzt wird es interessant, warum auch Ursula von der Leyen so richtig schön wütend ist, gesagt, wir machen dort nicht mit mit diesen Sanktionen. Das heißt, die BRICS-Länder haben einfach mal hier nichts, dir nichts angekündigt, eine neue Währung in die Wege zu leiten, sich unabhängig aufzustellen und sie wollen sicherstellen, dass sie unabhängig sind von der EU. Und das hat jetzt auch Ursula von der Leyen kommentiert und sieht das natürlich als große Gefahr. Und wir könnt euch nur unabhängig machen von uns. Selber propagandiert sie aber ständig, wie die Grünen auch in unserem Land. Wir müssen uns doch auch von China unabhängig machen und angeblich auch von Russland, weil das alles unser Seelenheil fördert. Und das ist genau der entscheidende Doppelmeralpunkt. Gleichzeitig sagt sie, bitte keine eigene Währung machen. Vertraut doch dem Euro, vertraut doch dem US-Dollar. Das sind doch die Guten. und gleichzeitig haben sie aber Sanktionen genau in diesen Währungen vor. Das wäre genauso, als wenn ich dir sage, hier kauf mein Produkt, aber das wird dann irgendwann explodieren. Ja, wann, weiß ich auch nicht. Aber mach dir da keine Sorge. Vertraue uns, das Produkt ist richtig gut. Also genau so ist es momentan mit diesen Währungen. Und jetzt muss man eine Sache verstehen. Und wenn du das verstehst, weißt du wahrscheinlich schon viel, viel mehr als deine Menschen im ernähren Umfeld. Die BRICS-Länder, das sind ja mittlerweile mehr als 20 Länder, die jetzt auch noch beitreten sollen, als neue Länder, die dazukommen. Brasilien, Russland, Südafrika, China, Indien. Die haben jetzt tatsächlich insgesamt, die Mitglieder, halte dich fest, 42% der Weltbevölkerung repräsentieren sie, 23% des globalen Bruttoinlandsprodukts und 18% des Handels. Das heißt, diese Länder haben eine gewaltige Macht. Also jeder zweite Mensch auf Erden gehört zu den BRICS-Ländern. Also fast jeder zweite. Und die Tendenz ist dort natürlich stark ansteigend. Gerade auch, weil die Geburtenjahre und Geburtengänge natürlich in diesen Ländern deutlich höher sind, als es beispielsweise im Westen der Fall ist. Und genau da muss man ansetzen. Wer hat denn hier wirklich die Macht? Natürlich will eine Ursula von der Leyen nicht, dass die BRICS-Länder näher zusammenrücken und ihre eigene Währung in die Wege leiten und gegen Sanktionen vorgehen. Aber genau das, was wir eben von denen nicht wollen, das haben wir auf der anderen Seite, was wir von denen nicht wollen, ja schon umgesetzt. Also wir haben hier eine Doppelmoral, die nicht zu überbieten ist. Und mich würde es interessieren, wie du zu Ursula von der Leyen stehst. Also wie ist diese Frau in deinen Worten zu beschreiben? Gerne mal in die Kommentare und teile nicht vergessen, wenn du nicht möchtest, dass sie wiedergewählt wird und vor allen Dingen auch die Grünen nicht wiedergewählt werden. Jedes Video, was du teilst, ist eine wahnsinnige Unterstützung, ist sehr, sehr liebevoll. Einfach auch als Wertschätzung dieser Arbeit. Und wie immer sehen wir uns hier oder auf unserem Zeitkanal Die Wahrheit, haben wir dir auch nochmal unten verlinkt beim nächsten Video.